In einer charmanten kleinen Stadt gab es einen Billardclub, wo sich die Einheimischen gerne trafen, um dort zu entspannen, ein paar Drinks zu genießen und freundlich zu plaudern. Unter den Stammgästen dieses Clubs waren auch drei verheiratete Männer, die dafür bekannt waren, Geschichten aus ihrem Leben zu teilen und ständig über ihre Ehen zu murren. An einem frühen Abend unter der Woche fanden sich die drei an ihrem Lieblingstisch ein. Sie nimmten an ihren Getränken und führten, wie üblich, eine lebhafte Unterhaltung. An diesem Tag drehten sich die Gespräche um ihre Eheprobleme und sie begannen zu debattieren, wer von ihnen die herausforderndste Ehe hatte. Der erste Mann nahm einen Schluck Bier und sagte, ich habe es am schlimmsten, Jungs. Meine prüde Frau möchte höchstens einmal im Monat intime Momente teilen. Darüber hinaus lehnt sie es absolut ab. Die anderen Männer schüttelten mitfühlend den Kopf. Einer von ihnen, seine Neugier nicht unterdrücken können, fragte, also was hast du dagegen unternommen? Mit einem verschmitzten Grinsen antwortete der Mann, ich hatte meinen Spaß mit dieser abenteuerlustigen Blondine dort hinten am Bildertisch. Anders als meine Frau ist sie für alles zu haben. Die drei Männer lachten herzlich über sein Geständnis. Der zweite Mann, um den ganzen noch eins oben drauf zu setzen, mischte sich ein. Du denkst, das ist schlimm? Meine verklemmte Frau lässt mich gerade einmal im Jahr an sich heran. Die anderen Männer keuchten und schüttelten die Köpfe und einer von ihnen fragte, also was hast du dagegen unternommen? Mit einem Grinsen erwiderte der Mann, ich hatte eine großartige Zeit mit derselben Blondine dort hinten am Bildertisch. Sie ist zu allem bereit, ich schwöre es. Die Männer lachten laut Hals und stießen ihre Gläser kameradschaftlich zusammen. Dann lehnte sich der dritte Mann vor und sagte, das tut mir leid für euch, aber ehrlich gesagt, ich habe es definitiv am schlimmsten getroffen. Seine Freunde lehnten sich gespannt vor, um seine Geschichte zu hören. Sie fragten, was ist das Problem mit deiner Frau? Der Mann seufzte und sagte, nun zum einen, sie ist die Blondine, die da hinten am Billardtisch spielt.